Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Portal Stories Mal Ja es leckt Hm es leckt immer noch wenn ich nach hinten gucke Ich habe auch nochmal in den Optionen reingeguckt also Ich kann da halt echt nicht mehr weiter runter Mit dem ja Sachen und hier ist auch schon alles ja mir seht auf niedrig Und wollte euch natürlich darum bitten ob ihr vielleicht noch eine Lösung habt Wie ich dieses Problem irgendwie beheben kann Also vorausgesetzt es ist eins weil ihr weiß natürlich nicht wie viel von dem Spiel ja dann so lecky wird Oder ob noch mehr von dem Spiel überhaupt so lecky sein wird Naja schauen wir lieber mal was wir heute schaffen werden Beyond that door is one of the new testing tracks Totally completely new Get through it and head to the first testing sphere I'll let you know more there Now I just want to make sure you know something before you go any further We have these new inventions called emancipation grids In place to prevent objects from if you turn the power off you can easily turn it back on That switch isn't like the rest of them The others trip a circuit breaker I think these switches were designed for two people Maybe your new tests can help Achso dafür brauche ich wieder den Strom oder wie Ach Moment Total normal Total Okay. The new testing track is just through here. Oh, that's meant to happen, isn't it? Just to test your reflexes, you know, after your short sleep. Oh, that's right. Well... Oh, that's right. I can't tell you, we haven't been so long after the trophies. I can't tell you, I can't tell you, I can't tell you, I can't tell you. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. I can't tell you... Ja, juhl, ne? Das war's für heute. Mal geschaut, was wir hier noch alles... ...an Weg öffnen. Das war's für heute. Ah, Moment, ich ahne was. Könnte sogar sein, ne? Ja. Okay. Ich gebe den Würfel mit. Ja, und das war die richtige Entscheidung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das funciert nicht. Okay. Okay. Das war's für heute. Das ändert sich auch nichts daran, ne? Ah, doch. Moment. Ah, ja. Gut. 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 Du bist nicht tot. Das bedeutet, dass die hohe Toxizität in Leid nicht in den Augen kam. Und ich meine, großartig, Astronaut, Olympian oder Warhero. Du bist wirklich ein Merit zu der Wissenschaft. Oder so. Just remember, die Nuremberg-Olympics. Okay. Not done. Nein, ich lache nicht mehr viel, aber... Das war ja leicht. Okay, Spaß bei dir. Ich habe beim ersten Mal, wo ich dieses Level selber gespielt habe, für meinen Test lange getroffen. Sucher Science Innovator's Propulsion Gel. It allows you to... No, wait. Hold on. This record says they didn't make that until the... Never you mind that. Just solve science. Let's... Das war's. Ja. Hmm. 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 Das wird auch einen Grund haben. Moment, Moment, Moment. Okay. Nein, es steht fest, ich brauche den Würfel von da drüben. Und zwar hier. Ach, verdammt. Nein, es steht fest. Tja, ja, manchmal ist es doch einfacher, als man denkt. Doch man muss erst mal darauf kommen, auf den Gedanken. Tja, ja. Jetzt bin ich nicht Cave Johnson. Das ist nicht 1950s. Everyone you knew and loved is dead. Und jetzt sind wir hier in Aperture Science, mit der Trash. Like mir. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew, but eh, whatever. However, I can get us out of here. If you're willing to let a voice in the sky who just told you he was lying the entire time he was talking to you control nearly every movement you make. Is that okay? I, I, I'll just take your silence as I yes. Oh, right. You can answer me. Uh, ah. Just do what I say and you'll be fine. Okay? Okay. 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 Das ist alles sehr, ach. Na gut. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Ich vergesse, was ich nicht. Okay. Okay. Ich vergesse, was ich nicht. Jaja, manchmal braucht man ein Sikhinchen und manchmal ist man innerhalb von einer Millisekunde durch. Hier musste ich mal wieder nachdenken und war deswegen auch ganz still. Entschuldigung deswegen, aber naja. Ja. 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 There is a building above you, and yes, I came from it. I'm not crazy. Don't be too alarmed though. A lot's changed since you got put on ice. So, Nummer 1 ist schon mal oben. Der Würfel. Genau. Ah, verdammt. Ah, das war wieder so klar. Ich schaff das gleich, keine Sorge. Weil ich denke, momentan ein bisschen falsch herum wahrscheinlich. Okay, ich versuch's anders. Na gut, so wär's ganz einfach gewesen. Aber ich muss ja natürlich erstmal herumexperimentieren, ne? Ähm. Okay. Okay. Anyway. Okay. 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 Oh, oh, oh. Ja, okay, das ist schon mal die erste Lösung. Nein, ich nehme mich hier. Und hier das machen. Kann ich nicht einfach... Mann. Hm, okay, muss doch noch da hinten. Oh, okay. Okay. Ah, verdammt. Ach, Moment. Man kann es sich leicht machen, man kann sich schwimmen. Ja, okay, doch war recht beschuldig. Ähm, komm ich hier wieder runter? Ach so. Ähm, Moment. Hätte ich nicht eigentlich... Immer so aus deinem Interesse. Seitdem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020